Servus Y-Day, wir sind heute hier in Battlefield 4 am Schlüssel, einfach mal ganz geschmeidige Runde Eroberung mit dem Pionier unser Stinger in der Hand. Jawohl und das ist hier diese Sturm of Paracel Parabla Map und ja hab ich mir gedacht haust du einfach mal rein und geht auch direkt los hier reingespawnt mitten in die Action und ich denke mal außerhalb vom Let's Play habe ich mir gedacht zeige ich das Ding einfach mal euch. So ganz geschmeidig und gemütlich gibt es hier eine chillische Runde. Jawohl mit meiner PP2000 also die Pink Panther Waffe in der 2000er Variante mit der M412 Rex Stinger, Werkzeug und Minimi Granaten. Ich setze mich erst mal ganz gechillt auf mein Wassermoteurrad, wie es ja übersetzt heißt, wie etwa Jetski oder sowas oder wie heißt das auf Wasser? Ich denke mal schon Jetski oder? Wow, also das lässt sich extrem turnös fahren und erst mal eine geschmeidige Runde. Kennt ihr ja aus dem Olaf bestimmt seid ihr bestimmt auch schon mal gefahren oder? Ich zum Beispiel war mal in der Domrep Richtung dahin gefahren, geflogen mit dem Flugzeug und da kann man auch so Jetski fahren bis 15 Minuten fahren. Aber war schon cool so ne? Das wäre doch jetzt noch geiler, wenn man jetzt sich zieht und dann ruhig ins tiefe Wasser rein schlürfen und feucht werden. Aber feucht werden ist eine solche schöne Sache für sich. Wird nie jeder gerne bzw. wenn man feucht wird, dann brauchen wir meistens auch Schwimmflügel. Weil manche Leute können ja nicht schwimmen. Hat der Pfarrer schon mal das Thema angesprochen, was ich überhaupt nicht verstehe, warum Leute nicht schwimmen können. Also ohne Spaß, also ohne Schmäh, also wer nicht schwimmen kann, der sollte das mal dringend nachholen. Und mal einen Kurs belegen und einfach mal schwimmen lernen. So und die Gegners. Hallo und auf Wiedersehen. Noch jemand? Hallo? Das war jetzt ein RCB Boot. Ich war dort einfach mal so ganz ohne sich vorher anzumelden bei mir, äh, aus langer Weile so stand. So, wo joinen wir jetzt rein? Ach ich hab übrigens das Ding mit dabei. Da könnt ihr mal rein theoretisch irgendwas abschließen, weil sie irgendwann am Helmel rum oxidiert. So, du bist tot hab ich gehört. Ne, du hast deine komischen Dinger rausgehauen. Zack. Habe ich übrigens vor kurzem erst gekriegt, das Ding. So, stirbt. Und, Punkte, wo sind meine Punkte? Keine Punkte. Na toll. So, dort vielleicht irgendwas treffen. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Boot, nördlich von dir. Na komm, na komm, na komm rein. Na komm rein. Na ja, komm rein. Ah, verdammt. Oh Gott. Hilfe. Jetzt bin ich hier ganz in der Gefahrenzone mit meiner Stinge. Ich kann euch leider nicht anbeziehen. Stinge ist dort von, von, oder? Irgendwas fiept, aber irgendwas passiert, aber auch nicht. Scheiße. Leck mich da, leck mich da am Arsch. Ich geh jetzt hier rüber. Messer vortippen, ey. Übrigens kann man jetzt hauen. Juhu. Nuck, nuck, nuck. Wuii. Oh oh. 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 beziehungsweise also punkt habe ich jetzt gemacht noch mal mein satz und jetzt geht es weiter und zwar habe ich ja was soll ich jetzt sagen verdammt ich habe mich sehr ablenkt von diesem geilen grafiker ich habe übrigens alles auf hoch gestellt ach so ich wollte ja sagen dass das ja eigentlich fast schon ein let's play ist weil ich rede eigentlich so jetzt würde ich jetzt blähen so boot 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 nein kein bot sondern boot aber auch entspannung im schützen graben hier ist entspannt die so helikopter hallo hallo ja und trist du trist du trist zwischen de palm jawohl nein 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 au 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 wo wollt ihr auf mich ich bin's doch bloß ich habe mich jetzt hier oben in so ein mc setzen und ja übelst rollen hier am arsch na gut sag ich jetzt nicht dazu hätte eigentlich auch klappen können aber naja gut hätte dann doch nicht so sein sollen so was haben wir hier noch ein helikopter der sterben möchte sag hallo zu meiner stinger sagt hallo zu meiner stinger wie weit es liegt wie cool ist denn das bäms hitmark dann muss man echt drei stinger abschießen auf einen helikopter dass der explodiert immer wegen der flares und zweimal wegen wegen den hitmark die ich dann mache diese schaden hat denn der ding eigentlich gemacht habt ihr da mal geguckt ich glaube 50 oder 50 oder 50 irgendwie sowas oh hier solar system unsere elektronische elektronik elektroligieren team sogar als schattenspender da ist der helikopter hast du mit dem schnäck mit dem osch so jetzt 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 kommt das noch mal rein zack du bist du bist tot 100 prozent nein scheiß palme hat ich gemacht doch so oft hat er nun selber linke mutige jawohl das waren drei kills leike box wo bist du mich ruft jemand jemand für ein mechaniker ob ich erst auf tauchstation sind die ritte rand den rechts andere am bildschirmrand hat geht irgendwie immer weiter rein und irgendwann irgendwann macht sie so wird jetzt aber gerne mal hier das dinge munition haben hier von dir tipp gib mir mal bitte den muni von meinem magazin und mein stinger magazin hier irgendwo zu sein na hallo ist hier jemand hallo hier oben ja 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 nein 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 die fliegel hier am stüssel na gut auf ein neues wir sparen im helikopter im helikopter komm 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 jawohl meins nein ich fliege bloß mit ach dumm ja dann nimmt die menschen die flagge ein ich habe hier ich habe hier bleibt entspannt ich habe hier ich habe hier wir sind im wasser wir bleiben sie unten ich habe nicht angst vor dem boot jetzt noch bitte trockenen fußes an land und dann eventuell und wieder runter wieder runter wieder runter das boot ist immer noch irgendwo hier am stüssel schade ich sehe keine fische nehme ich bitte mit nehme ich mit nein doch danke so mobiles stinger jetski am stüssel aber was macht denn der da haben das boot ist ja wahnsinnig typ doch was hast du nur gefressen heute du bist ja so du bist wahnsinnig typ du bist wahnsinnig sag ich dir so und ich nehme mich auch was ist das was ist das kopftreffer bonus haben wir uns gerade in irgendwie sind wir gerade ineinander reingerannt und haben uns die schädel einander eingeschlagen deswegen kopftreffer bonus oder wie da zu meiner klären das sage ich dir so jetzt hier und das kann ein boot rein in die knirn boot ja lego mio de la quaste was habe ich hier rechts von geiles dingen so alter wie das rum ist wie das rum ist wie geil ist das denn geht mir irgendwas mal abschießen geht mir irgendwas abschießen ja kommt her ja ich bin noch jemand habt ihr noch nie und so stimmt flagge einnehmen na komm hey na komm hey jetzt krieg sie paket rein komm lad nach stirb was der aushält das ist auch noch einer zack tot noch einer ey das boot das ruled aber sowas von ab ey oh hier ist ein feilschirm hier ist ein feilschirm mike da auf dem jetski da mal ganz gediebene rakete ich sehe auch hier ist einer hier muss man sich auch tisch konzentrieren sieht rückwassgang schneller jawohl 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 das boot oder links das ding hm das ist kompliziert aber ich glaube ich halte es mal auf darf es gehen ouch das wurde falsch nee das müsste es aber echt nicht sein von was wurden wir jetzt denn abgeschossen vom boot na toll vom bullet basher hm ich hoffe mich auch bullet basher nennen hallo das kann doch mal gar nicht sein hier bullet basher bullet basher bullet basher nennen das ist bullet basher ich sag euch mal wie das mit dem helikopter ach das ist doch scheiße ja ich gebe mir das boot wieder 362 meins jawohl 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 hab ich das anderes boot hab ich so ein komisches eh in ordnungs eh in ordnungsgerät hier vorne ranz und drehen das irgendwas was sich nicht übelst durcheinander macht durcheinander bringt du ach stimmt die map die wechselt da irgendwie wie war denn das war denn das ne irgendwie das das wetter was ich da andock hey das war jetzt nicht das fand ich nicht schön ach mir das mal hat er mich gerückt ne 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 schon klar der level 15er hm schon klar so jetzt mit der j200 äh zwansch mit dem jet ach du scheiße ich kann das keinen meter nahe leute also bitte nicht lachen ich kann das echt überhaupt nicht ich weiß jetzt nie was also fuk fuk hier was wackelt denn hier so wollt du mich rollen hallo jawohl lol lol da bin ich mal abgeschossen also lol so richtig bin ich jetzt ein hitziger du wie war denn das kleine wärmesuchen du ja na irgendwie sowas kann ich denn das nicht die so anvisieren und gleich haben wir volle munition nein macht denn der mit mir Alter, leckt das. Wie Sau. Ich hab mich abgeschossen, oder? Und ich sehe jetzt. Jetzt wird es spaßig. Jetzt nehme ich mal ein Boot. Ich nehme am besten das Jet-Ski hier. Das Wasser-Motorrad. Und gehen wir ein bisschen auf Wellenjahrs. Ja, wie geil ist das denn? Noch mal. BAMS. Sprung. Jawohl. Und. Besprung. BAMS. Wow, alter Schwert ist das übelst händlich. Händlich? Nimmst das Handling hat das. Das ist nicht händlich, das ist übelst das Handling. Oh mein Gott, das ist nur meine Sprache. Wie so. So wie über. Bitte fläten mich in den Video. Bitte fläten mich in den Video. So. Ohohoho. Was, 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 was? Müsst du mal hinwachsen kriegen? So, ich tue mir jetzt eine Runde hin. Hast du vielleicht noch irgendwie... ...gimma deine Waffe, oder? Hast du ja schönes? Oh, na hör mal ey. Also da ist was los hier. War trotzdem mal nachladen, oder? Tolle Waffe, AK-5C. Die ist cool. Die gefällt. Jetzt hätte er geguckt, oder? Hast du ihn jetzt abgeschossen? Nein. Oh, da war das Magazin schon wieder leer. Und schon wieder das Downhill Done. Mit seinem komischen Batman-Zeichen. Was will denn der damit? Kann man bitte sterben gehen? Oder so. So, was machen wir jetzt? Tralala. Tralali. Ich würde sagen, direkt spawnen hier bei einem Schwachmitglied. Und lass mich ja abschließen. Genau, so machen wir das. Top. Ja, so muss es sein. Übrigens, jetzt eine ganze Runde Conquest am Schlüssel. Ey, da darf mein Mund so fuzzelig sein. Fuzzelig. Ich habe da auch mal Fuzzel im Mund gehabt. Das ist so fuzzelig. Das ist relativ komisch. Ah, was ist denn das für ein Spawn? Wollt ihr mich trollen? Weiß aber trotzdem. Oder hier? Hä? Hä? Was soll mir mal jemanden erklären, bitte? Oder erlasst es einfach. Also, was ist denn eigentlich eure Taktik zum Hochleveln bei Bonifit 4? Also, meine ist jetzt erst mal... Die Wellen beobachten, Alter. Guck dir mal bitte, wie wellig das ist. Dann wird leicht ablenken, wenn ich weiß. Aber meine Taktik ist erst mal Pionier spielen, weil... Fahrzeug zur Sturm bringt richtig dicke Punkte. Dann level ich jetzt mein Pionier, mein Pionier, und hoffe auf dicke Punkte. Also, was ich jetzt gehe, kommen wir mal ein bisschen zum Technischen. Was ich alles mitgeregt habe, was jetzt hier an Erneuerung dabei ist, also erst mal vieles, ne? Ist klar. Und wenn man, wir haben es ja realistisch gemacht, wenn man jetzt nachlädt, ich habe zum Beispiel 5 so einen Schuss, werfe das Magazin weg, schiebe mir ein anderes rein, und die 5 so einen Schuss, die ich drinnen hatte, sind komplett weg. Aber wenn die 3 ansieht, ist ja, dass das einfach mal, ähm, dass die Schuss wieder dabei waren in der Tasche, aber das ist relativ unrealistisch. Ach, Alter, was willst du von mir? Naja, den Trickskerl, lege ich um. Alles klar, alles klar. So, was haben wir denn noch hier? Ja, Commander Mode ist wieder mit dabei. Kann ich aber leider. Leider konnte es noch nicht. Lass mich rein. Kann ich leider noch nicht probieren, weil ich da Level 10 sein muss. Und ich bin erst Level irgendwie nicht 10. Wo ist das jetzt spannend? So, also, Helikopter wieder rausschießen. Das hat mir letztes Mal mit Spaß gemacht mit der Beta, aber das macht mir keinen Spaß. Abstürzen und im Kampf gefallen sein. Ich bin trotzdem mal gespannt, ob es wieder mal sowas wie gibt, äh, sowas gibt wie Pech. Hat man ja bei Battlefield 3 einfach mal so gehabt, dass man, ja, so stirbt ganz gediegen und, ja, man hat halt Pech gehabt. Da wird man sozusagen gedeißt, aber ich glaube, das gibt es ja nicht. Ich hoffe, das haben sie verbessert oder rausgenommen, wie auch immer. So, ich gehe jetzt mal zur anderen Seite, oder? Wollen wir ein bisschen mehr zum Abschießen? Digi20. Irgendwie noch nie, aber, man hofft's. Da. Jawohl. Getroffen. Noch jemand? Ich möchte noch jemand sterben. Keiner. Okay. Äh. Äh, das ist aber... Wasser. So. So. Nett, danke. Oh, oh. Ich will auch meine Kanaden, die übrigens, die ist klein sind und mini und süß. Guck mal, wie sie fliegen. Knüffig, oder? So, was haben wir hier? Äh, Wellen, Wasser, äh, nass. Äh, nasse Füße. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Kriegt man hier mich, bitte. Hilfe. Einsatz ziel einmal ist an Ort. Ah, scheiße, ja. Aua, das tut weh. Was schießt ihr mich ab? Darf der wohl nicht Barschwein sein, meine Güte. Auch heute, das ist aber ein langes Video, oder? Wie lange sind wir denn hier eigentlich schon? Weiß ich gar nicht. Naja, auch egal. Aber, Conquest halt ein echt krasser Spielmod, so. Boah. Ha, ha, ha. Guck mal, wie das aussieht. Toll, oder? Also, ich find's schön. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziele ECO. Ich find's schön. Ich bin mal gespannt. Ghost da mitteilend an COD Ghost. Achtung, Einsatzziele Bravo, wurden totalisiert. Bin ich mal gespannt. So, wo sind wir hier? Was sind wir hier und worum sind wir hier? Ja, wir sind mitten in, auf der Karte. Auf ein Feld, wo von jeder Seite herabschießen werden können. Aber. Es läuft. Wir nehmen die Flagge ein, es läuft. So. Ja, mit der Funktion sieht es nicht ganz so toll aus. Warte mal. Ich muss die Drohne abschließen. Nee. Schade. Hätte ich mal gar nicht gemacht, so. Oh, oh, oh. Ah, nein. Na klar, Talian. 105. Als ob du mich abschießt mit deiner Mündungsbremse und deinem angewickelten Griff. So, kannst du es mal hier sparen? Lass mich hier rein. Oder okay, dann halt nie. Geht halt wieder mein Boot? Ha, geil. Ha. Geil. Boah, die Wellen. Ich spring rüber. Ich spring rüber. BAMS. Und nochmal. Und nochmal. BAMS. Boah. Krass, wie im ist durchgetaucht. Ey, das könnte ich den ganzen Tag machen, scheiße. Und das mache ich auch. Ja, das mache ich den ganzen Tag. Ich kriege mich nicht verhindert. Nö, könnt ihr nicht. Macht es jetzt gar nicht weiter. Gefällt mir. Ey, 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 ey. Das war's haben sie cool hingekriegt auf jeden Fall. Da gibt nichts zu melden. Zack, aber übelst getroffen, oder? So. Wo sind die Seeauffahrer, äh, Seedinger hier? Wir haben Einsatzziel Bravo erobert. Hä, ich hab doch keinen Kicke gekriegt, oder? Ich hab den Kontakt zu einem feindlich Salvation plötzlich von dir. Komisch. Keinen Kicke gekriegt? Aber ich seh die auch nie hier. Oh, hier ist ein Boot. Hier ist ein Boot. Hier ist ein Boot. Wo ist das Boot? Ist das etwa schon ein Boot? Ja, schießt mir jetzt irgendeinen her. Die Kopf wird ja ganz im Atem, ne, hä? Alter, repartieren. Au. Haha. Gelitten. Nächster wieder. Oh, da wo? Ne. Gott, ich will los. Gott, ich will los. Au. Und Bulletbacher klärt wieder, ne, der Bayer, der Bayer 4 in 8, der Krizi, der Bayer, hast du Lederhüse an oder wie? Nichts gegen Lederhüse sind cool, sind bloß ein bisschen unbequem. Ich hatte schon mal eine Österreich-Welte an, aber bloß so zum Spaß. Und nein, da gibt es keine Fotos oder keine Videos. Hoffe ich. Scheiße. So, äh, ich gewinne mir. Naja, es könnte was werden, aber es könnte, aber es sieht jetzt mal die ganze danach aus. Also man hofft zwar, klar, man hofft es, aber. Boah ey Leute, das Boot ist absolut Geister. Das ist das absolut Geister, was es ja noch gibt. Ohne Spaß, die sind ja voll am, am Leiden. Ja, ich sehe es wirklich okay, aber, okay. Oh, jetzt bin ich tot. Also dieser MPT-Law ist, glaube ich, so schlecht, wie es ausschaut. Sollte ich vielleicht mal den nehmen. Aber ich will euch dann mal das ganze Zeigen hier. Und lasst mich mal rein. Jawohl. So. Boah, yo. Kann ich jetzt irgendwas abschießen, irgendwas Tolles? Jetzt habe ich hier so ein übelst fettes MGs am Stizzle. So, wo ist mein Helikopter? Ey, wenn ich diese Assis treffe. Sau, Assi! Ich treffe nicht. Nein. Ich treffe ich am wenigsten. Super für Schaden. Das ist ja riesig. Äh, das ist scheiße hier, das MG. Mach ich hier wenigstens Schaden dran. Komm, drüber rüber. Null. Null Schaden. Boah, alter, was war denn das? Jet oder was? Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert. So, jetzt, ich will immer auf Manikippen, Manikippen schießen hier. Mach ich da wenigstens Schaden. Also rumsen tut es ja wie Sau. Wie Sau! An alle Teams. Nachschub wurde gerade abgeworfen. Ey, das Ding müssen sie nicht unbedingt mal patchen. Da geht ja gar nichts hier. Ich bin nicht gerade ungeschickt mit der Maus, ja, aber... Ey, wie ist denn? Ist denn? Wir haben gerade ein Satz-Ziel-Eco. Ich springe jetzt ab hier. Fahre ich schon direkt raus. Jetzt können wir uns alles mal von oben angucken hier. Eieiei, was ist denn hier nicht klar? Schöner aussieht so, würde ich sagen. No, gar nicht ganz schlecht. Jetzt habe ich da nämlich einen Stinger dabei. Da kann ich ja von oben die Helikopter ärgern. Zack, der Erste. Und versenkt. Das gefällt mir. Mit hinten raus. Kommen Sie bitte rein, in meinem Visier. Kommen Sie bitte rein. Gehen Sie weiter, bitte. Ah, komm. Was? Jetzt. Ah, dreh dich rum, dreh dich rum, dreh dich rum. Jetzt. So, Handbremse rein. Zack. Simsalabam. Hat's gemacht, dein Helikopter, ja? Hat's gemacht. So. Jetzt nicht mehr. Ja, dann kippt ihr mal, ich muss massakrieren, ja? Hey, alles klar. Au. Oder halt nie. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das Ding ist gelaufen. Ich habe leider verloren. Ich kann auch mal verlieren, ist nicht ganz so schlimm. Also, macht mir sogar manchmal auch viel Spaß zu verlieren. Ja, es klingt blöd, aber verliert gerne. Und, ja, wie hat es euch gefallen, das Video? So ein kleines, letztes, einfach mal drauf losreden. 30 Minuten, 45 ging die Runde. Und, ja. In diesem Sinne, haut es rein, wenn es euch gefallen hat. Nach oben und wenn nicht, dann auch nach oben. Na, guti. Also, ciao mit V. Tschüssi. Plupp.